Hier vielleicht. Spinte. Hier gibt's ne klare, komm mal her. Ist ja wie Weihnachten. Alter, was nehmen wir? Ist ja wie Weihnachten. Boah, die hat richtig, Alter. 3.261 Schaden, oh mein Gott. Den nehm ich mir. Ich hab kein Geld, toll. Kann mir wieder nix leisten, Alter. Großartig. So was hab ich noch nie gesehen. Ist ja wie Weihnachten. Oh, ich muss Level 19 haben, damit ich schon verwenden kann. Aber 131 Schaden, die ist richtig geil. Dieser Revolver. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen da vorne rein, wo ich gerade schon war, aber da kam ein Gegner. Deswegen hab ich da erstmal noch gelassen. So. So, wo geht's dran? Einfach da vorne rein. Da ins Bergwerk. Also, ich muss sagen, Alter, läuft's. Einwandfrei. Zack mir mal noch, ey. Nehm. Wir, wir, wir zocken gerade, äh, seit der, seit, seit, seit der letzten Aufnahme, zwei Stunden und 20 Minuten. Es wird richtig gesuchtet, Alter. Und die Quests gehen auch sehr lang, ne? Kill die, 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 ja, ja, jawoll. Boah, komm her. Oh, Mann. Knallharter Räuber. Der Ruhr war, ah, da hat er ein M.G. am Start. Das, das ist, das ist meiner. Der Baller gerade. Keine Munition mehr. Oh, ich werd' eingeschossen von irgendjemand. Muss mal kurz den Deckel und gehen. Okay, ich hab's'n down. Und er sammelt natürlich alles ein. Ich kill ihn, er sammelt das Zeug ein. Es geht schon besser. Geht schon, Alter. Warte kurz, ich hab' grad'n Fähigkeitspunkt bekommen. Oh, hier ist ein Speicherpunkt, ein Speicherpunkt. Ich hab' auch noch einen. Jetzt pass' auf. Das ist super, guck. Boah, noch mehr Feuerrate. Ich hab' keine mehr. Aber ich hab' auch schon gut aufgelevelt. Ich auch. Checkpoint. Ne, glaub' ich. Da kommen sie schon. Bock. Ah, den kämpft mal locker hier. Der ist nicht stark. Arbeiterbandit. Die sind eigentlich recht easy, ne? Oh, da hat jemand einen Schock dran. Der Miniaturschütze hier. So. Ist der wie Weihnachten? Alter, boah, die Waffe geht, geht richtig ab, Alter, mit, äh, Dings. Also, die hat, die hat ne... Ja, jetzt hält eigentlich nicht mehr so viel aus, finde ich. Ja, genau. Wir haben ja jetzt bessere Waffen. Ah, ich bin trotzdem gestorben. Weil halt von jeder Seite eng ein Gegner kommt. Ist das Problem. Und ich schieße von hinten gerade. Kann ich mal wiederbeleben? Okay, danke. Scheiße. Oh, scheiße. Ich wollte gerade wiederbeleben. Ich hab' ihn eh gekehlt. Hilfe. Danke. Kein Ding. Das ist sehr, sehr nett von euch. Wiederbeleben ist auf jeden Fall das A und O. Immer. Nein! Man fickt dich. Kurz Entdeckung. Das ist schön. Ist der tot? Dass du das entdeckt hast. Ja, der ist tot. Habt ihr noch gekillt, gut. Hier scheinen noch mehr Garten zu kommen. Da hinten ist dieses Tor. Da ist ein Arbeiterbandit. Oh, der hat mit dem ist nicht zu spaßen. Wobei, der hält auch nicht so viel aus. Mit dem M-K gehe ich einfach nur ab. So stark ist der nicht. Was ist das? Der Psycho-Part ist nicht so stark. Komm. Gib auf. Headshot, Headshot, Headshot. Die ganze Zeit. Zack. Oh, leer. Ja. So. Wie wir abgehen, Alter. Einfach nur geil. Rage-Mode. Genau, Rage-Mode on. So. Also, also, ich mag, ich mag Schroßflinten besonders gern, wenn sie, wenn sie schneller schießen würden. Ja, Schroßflinten. Sind ja schon geil. Ich hab leider keine Munition, ey. Das ist das Problem. Sonst hätte ich auch geschossen. Ja, ich hab nur noch Shotgun-Mode hier. Ich glaub, dann rush ich mal. Auf jeden Fall, ich geh da hoch. Boah, die Quests sind einfach übelst lange, Alter. Überall kann man da weiterlaufen, ne? Oh, da hat er mich angehettet. Ja, mach ich. Geht mir bitte. Ich hab den grad noch gekillt, weißt du. Wir gehen grad voll gut ab, ne? Also, die Comic-Grafik stört mich jetzt nicht so. Ne, mich auch nicht. Wir können an jeder Stelle gehen. Wir können da hinten, dann hier. Ist eigentlich Rain, wo wir hingehen. Ja. Ich dachte eigentlich, hier gäbe es was, aber... Ne, einfach nur leer. Okay. Aber Munition kann es mal wieder gehen. Wo wird man eigentlich gespawnt, wenn man schwirrt, jetzt? Beim, beim nächsten Checkpoint. Naja, ich brauch aber mal wieder Munition hier zum Taufen. Oh mein Gott, wie schwach einfach war. Munition brauch ich unbedingt, so. So. Für die Combat Rifle, der hab ich gar keine. Da unten warten schon die Gehtner, Alter. Wir nehmen schon zwei Stunden und 26... ...ääh, in CSIH00, seit der letzten, ääh... Ich bin schon 369 Minuten im Spiel. Ich bin schon 369 Minuten im Spiel. Naja. Heute... ...haben wir uns gedacht, weil Suchtmower war richtig, ne? Genau. Muss ja auch mal wieder sein. Ja. Genau, stell das auf. Auf jeden Fall, warte, ich helfe dir kurz. Ich helfe dir kurz. Ich brauche noch Muni, Alter. Irgendwo muss doch noch was geben. Boah, das Maschinengewehr... Ich glaube, unbedingt. Boah, sind Scorpios. Boah, die kommen hier hoch. Oh, leer. Ja, dann... ...hilft nur noch Shotgun... Abhilfe so. Gut. Ah, fuck. Mann, warum haben wir hier keine Munition mehr? So, immer gegenseitig helfen. Dir helfe ich auch noch oder lebst du wieder? Okay, gut. Ja, ich... ich... ich lebe nur. Am Pass. Noch? Noch lebe ich noch. Was? Ich bin schon wieder da. Pass auf, pass auf, schnell! Schnell! Nein! Scheiße. Ich war leider unten, konnte ich nichts machen. Und ich wurde auch... ...gekillt. Da wurde er gedauert. Ah, fuck! Jetzt... jetzt steigt er wieder an, der Schwierigkeitsgrad. Gerade eben ging's noch. Sorry, Zeug, aber ich kann... ...im Moment nicht helfen. Alter, der... ...regeneriert ja mal seine Gesundheit. Ah, geht's. Wir sind nicht so weit weg. Dann passt's ja. Brauche ich dann kurz hin? Komm schon. Komm schon, lad auf. Lad auf, lad auf. Okay. Wo geht's eigentlich hier rein? Ach, geht's einfach nur schwarz. Piss auf, steht's wieder. Lol. Hehehe. Hehehe. Das ist geil. Dann hab ich ne neue Waffe. Bam! Hilf mir! Toki! Ja, ich kann nicht schneller, Alter. Hilf, kein Punkt! Nein, keine. Ich bin etwas raus. Komm hier oben, bin ich! Komm hier hoch, ran, die Treppe! Korsil! Warte doch! Ich komme! Warte doch! Okay, jetzt! Der Retter in der Not! Hehehe. Was? Das ist gut. Der Retter in der Not. Der kommt immer dann, wenn man ihn braucht. Hehehe. Combat Riffle, Combat Riffle, Combat Riffle, Combat Riffle. Drush den jetzt. Boah, ich zieh den. Wird schön. Den kannst du ja haben. Den kannst du ja haben. Ich zieh den gut, Alter. Aber ich hab keine... Weil... Weil der taugt nix, ey, Alter. Das besser, das besser, das eindeutig. So, das Schild soll ich kurz mal aufladen hier. Damit ich weiterfeifen kann. Bam! Komm! Noch einen! Nein! Ja, alle mit Schroßbinte! Boah, komm, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist jetzt was stärker. Das ist wahr. Danke. Knall drauf, Knall drauf! Bitte? Du wirst, äh, Dings wiederbeleben. Von wem das auch war. Achte grad nicht drauf. Dankeschön. Und das war bei mir. Fuck! Egal, dann machen wir jetzt kalt. Okay, los geht's. Los geht's. Die letzten... Leben noch. Und ich hab ihn wieder gekillt. Neue Stärke. Ihr heilen, was? Ich kann mich heilen? Ach so dich. Hilfe mal, Hilfe mal. War grad ein bisschen verplant. So. So, Alter. Aber das Areal ist auch echt geil, muss man sagen. Die haben sich echt Mühe gegeben bei dem Spiel, finde ich. 891, den nehm ich mir. Oh, da kommen noch mal Gegner von hinten. Da laufen einfach irgendwelche Leute rum. Da vorne. Aber da geh ich jetzt nicht hin. Warte mal. Warte mal. Hast du die schon gesehen, Gumera? Da vorn? Wir müssen sowieso hier lang. Ne, wir können doch auch eher weiter hoch. Ne, guck mal, der hat den grünen Punkt. Wir müssen hier lang, wo die Leute da sind. Guck. Ich geh mal da hoch. Ich check mal, was da abgeht. Kossil, komm mal her. Warte kurz. Das sind aber aufgehig, von daher. Das sind aber aufgehig, von daher. Hohoho, Alter. Ich hau mal lieber ab, Alter. Boah, direkt tot, Alter. Boah, die geht ab, ey. Hohoho. Lohnt es sich, wenn jeder an seinen eigenen Weg geht? Ich glaub nicht, oder? Ich komm dann zu euch wieder. Mit, mit dreifacher... Äh... Ey, ich bin hier oben, Alter. Fuck, ich bin tot. Äh, verwundert meine ich natürlich. Dankeschön, Gumera. Dass du mir geholfen hast. Alter, jetzt geht die ab, Alter. Wie schockt denn. Aber ich hab den trotzdem nicht gekriegt. Komm dann jetzt. Boah, kritisch. Geschafft. Alter, das macht voll fun, ey, das Spiel. Kann man auch gar nicht mehr aufhören, ne? Ja, ist so. Eindeutig. Ah, hier hab ich noch mal ein bisschen Munition. Langsam wird's echt knapp. Und kurz, das steht da einfach am Stein. Nein. Genau, weil... Hilfe, Zocki. Mein... Mein... Mein Leben muss... Wo bist du, Alter? Hier, 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 neben dir, neben dir. Ach so. So. Leute, die goldene Knarre. Genau. Die taugt auf jeden Fall. Aber nicht bei den starken Gegnern nicht so gut. Boah, da campen sie alle, Alter. Guck mal, die bei Deckung ein bisschen hier. Ja, mit Deckung muss man auf jeden Fall hier auch arbeiten. Merkt man schon. Fuck, Autsch. Kritische Treffer, komm. Tod. Tod. Alter, beide gekillt. Schutzwinte. Ordentlich. Och. Läuft bei uns. Eindeutig. Hier gibt's noch mal rote Kiste. Gibt's auch was zum Geiern, denk ich mal. Boah. Der gehört mir, meint der. Wer meint das? Der gehört mir. So was hab ich noch nie gesehen. Deine Damen, du meint die. Der gehört mir, obwohl ich nichts genommen hab. Das war eh beste. Ich hab nur Munition genommen. So. Höher, nee, hoher elementare Effekt möglich. 1,7 mal Waffensum. Aber, sein Schaden ist auch nicht so doll, ne? Ey, wir müssen hier mit dem Aufzug kloppen hoch. Würde ich mal behaupten. Ja. Ich fahr hoch mit dem Aufzug. Wie geil das ist. Ey, und hier gibt's wieder zum Kaufen und so. Hier ist ein Speicherpunkt. Holt mal den Aufzug. Ey, komm mal runter mit deinem Aufzug. Ne, das kommt automatisch. Ich bin schon oben. Oh, komm Korsi. Nee. Korsi. Nee, nee, nee. Leute, wir müssen den Schalter einschalten. Das hab ich nicht. Ja, hab ich doch auch schon. Ich bin schon längst oben. Ah, nee, gibt's Munition. Ah, endlich, Alter. Oh. Oh, ja. Schon länger her, als es das letzte Mal was gab. So. So. Schrot find's was kaufen hier. So, alles aufgefrischt. Jetzt tue ich, kaufe ich noch ordentlich Munition. Ähm, SMG Munition auch noch auffüllen. Warum hab ich so wenig Geld, Alter? Wir haben jetzt die komplette Munition bei alles. Jetzt muss ich die Waffen, die ich nicht brauch einfach mal verkaufen. Muss ich auch, weil ich hab kein Geld mehr langsam. Das ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild. Errungischer freigeschaltet. Täler. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Schade, dass ich das Game nicht über Steam hab, aber egal. Dann hätte ich nämlich noch ein paar Sammelkarten gekriegt. Ich hab bis jetzt noch keine gekriegt. Jetzt ehrlich? Ja. Ich hab noch keine gekriegt. Glaub ich auf jeden Fall. Warte mal, welche Sammelkarte? Ja, da bekommt man pro Sammelkarte kann man da Geld verdienen. So ein bisschen Geld machen. 5 Cent, 10 Cent pro Karte, kommt auch drauf an. Geht doch Karten für 1 Euro bis 5 Euro. Achso. Das ist ganz geil. Ich hab erst 13 von 80 Errungenschaften erzielt. Da macht man zwar nicht viel Geld mit, aber ich mein, warum nicht, ne? Wenn man das eh kostenlos kriegt, auf sein Steam Konto geschrieben. Ja. Man muss ja nur spielen, wenn man das Game in Steam hat. Ich könnte ja eigentlich noch mal ein bisschen Gesundheit kaufen, das vergesse ich immer. Ich auch. Genau, ich auch. Meistens. Hier gibt's Medikamente. So. What the fuck? Okay, ich hab kein Geld mehr. Ich hab so ne Schrotflinte. Leute, ich hab so ne Schrotflinte. Da steht, ähm, plus 52% Rückstoßverringerung. Da kann ich mir jetzt erst mal nicht leisten. Die hat gewaltig viel. Okay, das reicht jetzt erstmal, was ich mir gekauft hab, denk ich. Kommt ihr? Leute. Leute, für die Shotgun hab ich überhaupt kein Munition, dafür für die SMG hab ich richtig viel geholt. Warte, kann ich noch irgendwas verkaufen? Ich mein, es muss doch was geben. Rück. Man kann auch Waffen wieder runterkaufen, das ist auch ganz geil. Inventar Upgrade. Nee. Hab ich zufällig noch einen Punkt bekommen? Wer braucht schon einen richtigen Hasen? Nee, noch nicht. Okay. So. Dann können wir jetzt mal weitergehen. Denk ich. Wo mehr erwartet schon auf uns, ne? Mhm. Ja. Warte mal, mein Leben muss sich ja noch aufhören. Ey. Ey, wir können entscheiden, wo wir reingehen. Wir können rechts, rechts oder links. Alter. Das Schicksal wendet sich. Erzeugt. Leute. Erzeugt Schock Nova, wenn aufgebraucht. 9.380 kostet das Dollar und Kapazität 233. Ja, dann hol das am besten mal. Und kaufen wir mal. So. Jetzt hab ich mehr... Oh, ich nehm gar nicht mehr auf, ist mir grade aufgefallen. Mhm, klar. Ist so, ich verwette alles, ich verwette meine Eier. Der hat aufgehört aufzunehmen. Wann denn? Weiß ich nicht, hab ich nicht mehr drauf geachtet. Dann fang jetzt wieder an. Ich glaub, meine Aufnahmeplatte ist voll, wohl eher. Ist so. LP-Platte 0,98 Gigabyte frei. Boah. Alter, Scheiße. Da muss ich Videos löschen. Scheiß drauf, ihr nehmt einfach weiter auf. Ich glaub ich. Jo. Fuck. Ja, meine Freunde Zock Commander hat grad Festplatte, ähm. Muss noch... Ich weiß aber auch nicht wie lange meine Festplatte... Oh, der hat um 0.03 zuletzt aufgenommen. Ah ok, wir haben nicht viel ver... Ich hab nicht viel verpasst. Alter, was kann ich denn löschen hier alles? Boah, das war knapp, Alter. Boah, welchen Weg gehen wir jetzt eigentlich? Links oder rechts? Ich würd sagen Aether, oder? Aether. Eigentlich... Das ist eigentlich ne gute Frage. Wartet mal Leute. Was ist das eigentlich? Entweder oder das hier, meint der. Was kann ich denn noch löschen, Alter? Ich hab so viele Aufnahmen. Die Games. Stimmt. Stimmt, wäre gut. Alter Aufnahmen. Warte mal. Da können... Äh, Leute, da unten, da unten haben wir Lava. Gott sei Dank ist über der Lava-Glas-Blöcke natürlich durchfallen, weißt du? Scherz. Bzw. Gitter. Okay, läuft doch Aufnahmen immer noch, oder was? Ich weiß nicht. Ja. Lol. Bei mir zieht das Spiel nicht so viel Schweicherplatz. Aber ich weiß trotzdem nicht wie viel. Bei mir auch nicht. Eine Stunde. 34. 105... Ne, warte. Eine Stunde. 5 ist 102 Gigabyte, meinte ich, sorry. Ja. Ja. Bei mir ist... Ist halt 1080p. Bei mir sind zwei Stunden 30 Gigabyte. Alter, was soll ich löschen? Ich hab nichts mehr. Dann tu auf die andere Platte aufnehmen. Wartet einfach am besten. Ist halt abgekackt. Wir können auch kurz einen kleinen Schnitt machen und warten, bis du fertig bist. Ja. Also Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.